So ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Hi! Ich darf euch heute etwas zum Thema PickBee und Nuskin erzählen. Und darauf freue ich mich riesig, weil das ist eines meiner persönlichen Lieblingsthemen. Denn ich habe damals überhaupt nicht geblickt, was ist denn überhaupt PickBee? Wie gehört das mit Nuskin zusammen? Wie steht das in Verbindung? Sind das zwei unterschiedliche Firmen? Ist das eins? Wie funktioniert das Ganze? Und genau aus diesem Grund möchte ich heute darauf ein bisschen genauer eingehen und euch so ein bisschen ein Stück weit mitnehmen und erzählen, was das überhaupt ist und wie das Ganze zusammen funktioniert. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit dem Thema Nuskin. Denn das ist unsere fantastische Partnerfirma, von der wir die Produkte beziehen. Und jeder von euch, der schon mal das ein oder andere Produkt vielleicht ausprobiert hat oder sich so ein bisschen mit Nuskin ein Stück weit beschäftigt hat, weiß, wovon ich spreche, wenn ich hier sage, dass es ein wirklich wunderbares Unternehmen ist in der kompletten Linie. Denn es ist nicht nur so, dass Nuskin börsennotiert ist, dass es dieses Unternehmen seit über 38 Jahren gibt, sondern auch, dass sie ganz, ganz viele tolle, gemeinnützige Organisationen gegründet haben, was ich einfach Weltklasse finde. Gerade speziell Thema Nourish the Children solltet ihr euch alle mal anschauen. Einfach nur wundervoll. Sie legen großen Wert darauf, nicht nur nachhaltig zu sein, nachhaltig zu werden, sondern auch die Produkte eben vegan zu halten. Die neue Pflegeserie ist komplett vegan. Ja, es sind 75 Forscher, über 75 Forscher, die täglich darauf bedacht sind, die geilsten Pflegestoffe dieser Welt zu finden und diese eben in die Produkte zu packen, damit wir zufrieden sind. Nuskin hat ein ganz, ganz breit gefächertes Produktsortiment, würde ich mal sagen. Es geht hier nicht nur um die Gesichtspflege, also nicht nur um Skincare, sondern wirklich auch um Bodycare-Produkte. Sie haben ganz großartige, dekorative Kosmetik, auch Haarpflegeserien und Produkte, speziell auch für Menschen, die unter Haarausfall leiden, trockenem, sprühigen Haar, wie auch immer. Und noch eine coole Sache, Nahrungsergänzungsmittel, auch ein ganz, ganz, heutzutage ganz, ganz tolles, aktuelles Thema. Und das sind wirklich nur ein ganz paar der unzählig vielen Vorteile unserer Partnerfirma Nuskin. Was ihr noch dazu wissen solltet, ganz, ganz wichtiges Thema, sind die Karrieremöglichkeiten, die Aufstiegsmöglichkeiten, die ich euch nur einmal ganz kurz nennen möchte, denn die sind echt phänomenal und ich sage euch eines, nach oben hin sind da tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Leila hat es vorhin schon im Video so schön gesagt, man sucht immer nach dem Haken und Leute, es gibt keinen Haken, denn du selbst kannst steuern, wo du hinkommen möchtest. Du selbst entscheidest, ja, wie du mit den Produkten arbeiten möchtest, wie viel Zeit du investieren willst, wie, ja, wie viele Produkte du im Grunde selber testen und an den Mann, an den Mann, an die Frau bringen möchtest. Ja, wir haben eine Handelsspanne, durchschnittlich, von 38%, was auch wirklich sehr, sehr gut ist. Das heißt, du hast vom Tag 1 im Grunde an, wenn du dich entscheidest, einzusteigen, hast du die Möglichkeit, die Produkte einzukaufen und dann mit einer Handelsspanne von 38% wieder zu verkaufen. Wichtig noch dazu zu sagen ist, wenn deine Kunden über deinen Online-Shop bestellen, den du auch dazu bekommst, bekommst du sogar noch einen Sharing-Bonus obendrauf. Des Weiteren musst du auch noch wissen. Umso mehr du verkaufst oder umso, das hört sich immer so ein bisschen blöd an, aber, ja, umso mehr du dich im Grunde reinhängst, umso mehr Zeit du investierst, umso mehr wirst du auch natürlich automatisch erreichen, umso einen höheren Titel wirst du bekommen, worauf ich jetzt aber gar nicht ins Detail eingehen möchte. Du sollst nur wissen, dass dann Provisionen anstehen. Das heißt, du bekommst die 38% Handelsspanne, kannst deinen Sharing-Bonus bekommen, kannst dann irgendwann sogar Provisionen dazu bekommen. Und, wenn du dein eigenes Team hast, deine Mädels, die sagen, hey, weißt du was, das hört sich alles super an, das macht mir alles Spaß, ich möchte auch mal gucken, dann geht es irgendwann sogar so weit, bis du Leading, bis du einen Leading-Bonus erhältst. Ja. Ich könnte jetzt zu diesem Thema wirklich, um ehrlich zu sein, stundenlang weiterreden und euch wirklich noch ganz, ganz viel Mehrwert oder Input geben, aber das wird definitiv hier das Video sprengen. Für Fragen könnt ihr uns ja auch jederzeit nochmal direkt drauf ansprechen oder euch auch unbedingt mal den Velocity-Plan, den Vergütungsplan anschauen, dann bekommt ihr alle Infos nochmal ein bisschen detaillierter. Ja. Jetzt möchte ich euch nochmal kurz erklären, wie kommt PicBee jetzt ins Spiel? Ihr habt die Produkte, ihr habt euch dafür entschieden, habt vielleicht schon einiges getestet und sagt, ey, New Skin ist geil. Möchte ich mitarbeiten, möchte ich meinen Freunden empfehlen, meiner Familie mit ins Studio integrieren, wie auch immer. Es ist für jeden einfach umsetzbar, weil, und da kommt PicBee ins Spiel, PicBee uns den Weg quasi ebnet. New Skin und PicBee sind zwar zwei eigenständige Unternehmen, aber diese beiden gehören für uns zusammen wie der Deckel zum Topf und ohne PicBee läuft es einfach nicht. PicBee ist sozusagen ein fantastisches Online-Schulungssystem, welches von Michi und Katrin Glauninger gegründet wurde und das sind zwei wunderbare Herzensmenschen, die sich mal Gedanken gemacht haben, wie können wir diese wunderbaren Produkte an den Mann, an die Frau bringen, wie können wir Leute darauf aufmerksam machen, diese einfach mal zu testen. Und ja, wie ist das einfach für jedermann umsetzbar. Und genau da kommt PicBee ins Spiel. Denn egal, was du machst, ob du jetzt, ich sag mal, Teilzeit arbeitest, ob du Vollzeit arbeitest, ob du Hausfrau und Mami bist, von zu Hause aus ein bisschen dir was dazu verdienen möchtest, ob du deinen Job auf Dauer an den Nagel hängen möchtest oder aber dir sagst, hey, nee, so ein kleines Taschengeld wird reichen, ich hab abends so ein bisschen Zeit. Das alles ist dir komplett überlassen. Dadurch, dass es ein Online-Schulungskonzept ist mit insgesamt in den Beauty-Sellern 38 Videos, die du dir anschauen kannst, wann immer du Zeit hast, ist es halt für jeden umsetzbar. Wir alle fangen gemeinsam von Null an und jeder kann sich Schritt für Schritt nach oben arbeiten. Du musst dir vorstellen, es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, wie du starten kannst. Es gibt einmal den Beauty-Seller und einmal die Academy, die große. Wenn du sagst, hey, das hört sich alles ganz cool an, ich würde ganz gern mal die Zehenspitzen reinhalten, würde ich dir immer empfehlen, einfach mit dem Beauty-Seller zu starten. Das rate ich auch meinen Mädels immer und bisher sind so gut wie alle dann noch umgestiegen auf die Academy später. Das wäre kein Problem, dass ihr das dann nachbucht, denn die Academy, da geht es zu unserem Herzstück, unseren Hautberatungen und ja, da wird das Ganze dann so ein bisschen intensiver und bei den Beauty-Sellern habt ihr, wie gesagt, ein bisschen über 38, ich glaube 38 Videos sind es aktuell, die ihr euch zu egal welcher Tages- oder Nachtzeit anschauen könnt. Euch wird nicht nur gezeigt, wie ihr die Produkte präsentieren könnt, wie ihr euren Freunden, Kunden, Familien einen Mehrwert geben könnt. Euch wird unter anderem gezeigt, wie ihr mehr Sichtbarkeit bekommt auf Instagram, in euren Storys, wie ihr damit rausgehen könnt, wie ihr Produkte verpackt und vieles, vieles mehr. Zusätzlich zu diesen 38 Schulungsvideos und das sage ich euch, da ist so viel Input drin, was eigentlich, ihr müsst euch das mal reinziehen, 38 Videos, 99 Euro. Also ganz ehrlich, wer weiß, was sonst Schulungen kosten, gerade im Beauty-Bereich, darüber kann man wirklich nur lachen. Bekommt ihr nicht nur einen, direkt euren Online-Shop, euren eigenen, wo ihr den Link euren Kunden schicken könnt. Ihr bekommt die 38 Videos, die ihr euch zu jeder Tag- und Nachtzeit angucken könnt. Ihr bekommt, kommt in eine WhatsApp-Gruppe rein oder bekommt Zugang zu einigen WhatsApp-Gruppen, in denen wir uns alle gegenseitig unterstützen, uns super viel helfen, unter die Arme greifen, uns eben Infomaterialien zur Verfügung stellen, uns auch Vorlagen für die Storys geben. Ihr werdet komplett an die Hand genommen. Keiner ist alleine, denn, ja, wir sind ein Team und es gibt keine Ellenbogentechnik, es gibt kein His-Hass oder kein Neid. Es ist einfach, ja, wirklich eine Community, wo jeder für jedermann da ist und ihr alle Fragen dieser Welt stellen könnt. Und nicht nur das, wir haben eine fantastische Facebook-Gruppe, vielleicht ist der eine oder andere von euch auch da schon drin, wo mittlerweile über 50.000 Kunden drin sind, die ihre Erfolgsgeschichten teilen mit den Produkten, was einfach nur ein wahnsinniger Mehrwert, gerade auch für eure Kunden ist. Ähm, ja. Noch eine ganz wichtige Sache, die ich auf keinen Fall vergessen darf zu erwähnen. Du selbst entscheidest auch hier immer dein Tempo. Du schaust ein Video, setzt um. Schaust das nächste Video, setzt wieder um. Auch hier spielt es keinerlei Rolle, ob du jetzt, ähm, sagst, hey, ich hab acht Stunden am Tag und ich will Vollgas geben von Anfang an. Oder du sagst, okay, ich hab halt nur den Abend, wo die Kinder im Bett sind und ich schau mir jetzt heute mal ein Video an. Auch das ist dein, ist frei nach deinem Ermessen, so wie du es möchtest. PickBee, beziehungsweise NuSkin, hat keinerlei Depotverträge, keinerlei Mindestabnahmen. Es gibt einfach keinen Haken. Du musst nichts einkaufen, du musst keinen Umsatz erbringen im Monat oder sonst irgendwas. Es ist alles frei nach deinem Ermessen, deinem Belieben. Wenn du als Beispiel mit einer Zaubermaske starten möchtest, dann startest du mit einer Zaubermaske. Diese kann man dann auch ganz schön, kleiner Tipp von mir, das erfahrt ihr aber auch alle später, könnt ihr ganz schön in Prübchendosen abfüllen, euren Kunden, Freunden, Familien einfach mal geben, um sie testen zu lassen und ihr werdet sehen, die werden begeistert sein. Ich hab noch nie etwas anderes erlebt und kann euch hier nur versprechen, gerade für den Anfang werdet ihr viele, 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 viele begeisterte Menschen an eurer Seite haben. Wie ihr merkt, fällt es mir super schwer, mich hier kurz zu halten. Das tut mir leid. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und euch so ein bisschen ein Stück weit Aufschluss gegeben. Aber Leute, Mädels, es ist einfach so, alles kann, nichts muss. Euren Zielen, euren Träumen, euren Wünschen ist kein Stopp gesetzt. Du selbst entscheidest dein Tempo, du selbst entscheidest dein Limit oder wo du hin möchtest. und hört auf, nach dem Haken zu suchen und glaubt uns einfach, es gibt keinen. Wenn du Lust hast, was zu verändern in deinem Leben, Bock hast auf ein neues Abenteuer, dann lass dich einfach drauf ein und hinterfrag es nicht. Ich kann immer wieder sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens und ich habe so wundervolle Menschen an meiner Seite, die ich nie mehr, nie mehr missen möchte. Und jetzt freue ich mich auf die nächsten Videos, auf die nächsten noch anderthalb Tage mit euch zusammen und ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und drücke euch aus der Ferne. Viel Spaß weiterhin. Tschüss.